So, halli, hallo, hallo, ich bin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen Ankündigungsvideo. Und zwar nutze ich jetzt gerade mal eben die Gunst der Stunde und zwar dieses The Long Dark Start Bildschirmgedöns, weil es einfach sehr schön aussieht, wie ich finde. Und es gibt noch ein kurzes kleines Update und zwar auf den jetzigen Freitag bezogen. Und zwar wird es diesen Freitag den Livestream geben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es noch nicht in den regulären Videos mitbekommen hat. Deswegen erzähle ich es jetzt nochmal eben auf diesem Wege. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Ihr kommt zahlreich, bringt auch noch ein paar Freunde mit. Je mehr, desto besser, würde ich sagen. Wir werden viele Spiele machen. Wir werden um 18 Uhr circa starten auf twitch.tv//scotchy666. Ich weiß nicht, ob ich die Verlinkung jetzt hier irgendwo reinpacken werde. Vielleicht da so irgendwo, keine Ahnung. Ich dachte, jetzt hätte er gerade was ausgecuttet, aber hat er gar nicht. Ansonsten einfach mal in meinem Kanal gucken, da ist eine Twitch-Verlinkung oder einfach auf scotchy.eu gucken. Da ist auch ein Link zu meinem Twitch-Kanal. Das ist für den einen oder anderen vielleicht leichter als einzugeben. Ja, wir werden relativ viel spielen. Ich werde ein bisschen so zur Einstimmung, weil ja bald Fallout 4 kommt, werde ich bald oder werde ich noch ein bisschen Fallout 3 spielen. Dann, wenn ein paar Leute da sind und die vielleicht auch ein paar Spiele haben, die ich habe, dann können wir natürlich auch ein Spiel spielen, was die Leute oder was ihr so habt. Dann können wir ein bisschen was zusammen machen. Vielleicht auch Minecraft irgendwo auf dem Server oder so. Müssen wir einfach mal schauen. Und im Zweifelsfall spielen wir auch noch, nee, nicht nur im Zweifelsfall, wir spielen definitiv noch Payday 2, weil da habe ich gerade voll Bock und das haben auch einige von euch. Und dann können wir da auch immer mit vier Leuten zusammen so einen kleinen Überfall starten. Das ist auch bestimmt ganz witzig. Vor allem, weil wir da mit wechselnden Leuten spielen können. Das wird bestimmt ganz gut. Vielleicht auch Battlefield ein Shooter, wenn der Bedarf da sein sollte. Wir müssen einfach mal gucken, was ihr so habt. Ich habe ja relativ viel, aber die Frage ist dann halt immer, kriegen wir genug Leute zusammen, die das gleiche Spiel haben? Das ist ja immer so die Sache. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns Freitag, 18 Uhr auf twitch.tv, Scotchy66. Und wie gesagt, kommt zahlreich und bringt gute Laune mit und vielleicht noch den einen oder anderen Freunden. Würde mich freuen, weil je mehr Leute da sind, desto spaßiger wird es, denke ich mal, im Endeffekt. Und je länger wird es auch dauern. Also ich habe mir so gedacht, so bis 12 Uhr habe ich Zeit, kann ich das machen. Aber wenn nicht so viele Leute da sind, dann werde ich das natürlich nicht tun, weil dann ist es ja auch anstrengend, denke ich mal. Und naja, wir werden sehen. Also bis dahin alles Gute. Dankeschön für Zuschauen und nicht vergessen, daumen mich nach oben und kommentieren. Ciao!